Jo Leute was geht, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag an diesem wunderschönen Video oder andersrum zu diesem wunderschönen Video an diesem wunderschönen Tag. Leute, wir spielen das erste Mal Realm Royale, weil ich es mal ausprobieren wollte. Mittlerweile sind Tobi und Schmocki. Da wird der Schmocki zuerst vor. Ähm, Schmocki und Tobi. Ja Leute, herzlich willkommen. Wir spielen Squad, würde ich sagen Leute und fangen direkt an. Wir sind zu dritt in einer Gruppe. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich noch ein Random dabei oder bleiben einfach nur zu dritt. Ja, kannst du ausmachen, kannst du ausmachen. Realm Royale, für viele die es nicht kennen, ist so ein Fantasy-Battle-Royale-Spiel, was ein bisschen ist wie Fortnite. Von der Grafik her, ein bisschen aussehen wie WoW und es gibt verschiedene Items, die man zusammen craften kann. Es gibt Charts und so weiter und so fort. Das ist sehr umfangreich und ich würde sagen, wir jumpen jetzt einfach mal, ohne dass ich sämtliches Vorwissen habe, rein. Und versuchen einfach mal das Beste daraus zu machen und versuchen natürlich direkt einen Win zu holen, oder Leute? Ich meine, High Kill Games, Leute, auf geht's! 200 Wins! Äh, Kills. Ne, ich glaube es sind ja nur, wie viele Leute sind es? Ja, ist gut. 100, ne? Ja. Ja, gut, okay. Also, Wocki, was ist das Beste hier? Das Beste, würde ich sagen, ist Jäger. War der Krieger nicht krank und verpowert irgendwie? Die sind alle stark, die sind alle stark, außer Magie ist, würde ich sagen, das Beste. Aber, ne, Krieger ist stark, Ingenieur, die Waffe ist stark, äh, Jäger ist meiner Meinung nach das OPste. Guck mal, wie sieht ich aus, Levi? So, man sieht jetzt hier schon diese WoW-lastige Grafik irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen WoW für billig. Man merkt aber auch irgendwo, sag ich mal, schon die Fortnite-Anlehnung, muss man sagen, ne? Ja, mit Z holt ihr euren Mount, by the way. Ja, das hab ich gesehen. Mit Mount könnt ihr schneller laufen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen Kalten, Kalten, wir gehen hier in Kaltennibelsdorf. Okay, sieht aus wie ein Fortnite hier, ne, so ein bisschen. Okay, Jungs, also, ihr fliegt. Zwei, eins, müsst ihr nicht raus? Ja, ihr habt keinen Fallschirm, ihr landet direkt auf den Boden, ne? Das hab ich auch, also, also, man steht doch dran. Spaß. Mein Fallschirm geht nicht auf. Mein Fallschirm geht nicht auf. Ich hab eine Kiste hier, warte was ist da drin? Uuhh, Schüsch, die sieht geil aus. Schmucki, ich brauch Hilfe. Hier ist einer mit einer Waffe. Ah, der will mich abstichen. Schmucki Hilfe, der will mich umbringen. Ich komme in den! Schmucki, ah! Ah! Ich bin der Hühnchen, ich bin der Hühnchen, ich bin der Hühnchen, ich bin der Hühnchen. Ich bin der Hühnchen, die werden gefällt, ich bin tot. Ich habe ein Hühnchen! Du kleine! Ah! Ababababa. Komt her ihr, ihr könnt gar nichts gegen mich machen. Wieso ist Tobi schon wieder so gut in dem Game? Hey, wo hat man Munition? Tobi, wir sind alle tot! Ja, warte, ich mach... Warte, hallo? Ja, Mann! Die Hitbox, Alter, die Hitbox! Ah! Junge, was ist denn mit dir gerade? Kannst du mal aufhören jetzt, Tobi? Oh, die Musik ist aber geil! Ja, und wie ihr seht, Leute, wird man dann zu einem Hühnchen und wenn man dann... Tobi, ganz kurz, wenn ich ausreden darf. Wenn man dann zum Hühnchen geworden ist, hat man dann 30 Sekunden Zeit. Wenn man innerhalb dieser 30 Sekunden quasi nicht genockt wird, ist man quasi wieder in-game und wird quasi da, wo man sich als Hühnchen befindet, dann wieder reingespawnt. Das Problem ist halt nur, man macht natürlich die ganze Zeit das Bock-Bock-Bock-Geräusch und dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig, tatsächlich dann wegzulaufen, weil es ist halt schon ziemlich, ziemlich laut. An sich eine coole Idee. Die erste Runde lief jetzt echt super für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zweimal gemessert worden, da war ich auch schon tot. Mein Fallschirm ging auch nicht auf und ich bin in der Wand stecken geblieben. Achso, bis dato, Leute! Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, Leute, Realm Royale wird sicherlich nicht zu einem festen Bestandteil meines Kanals werden, es sei denn, das Spiel entwickelt sich irgendwie noch in eine richtig coole Richtung weiter. Ich finde das Setting eigentlich ganz nice, aber ich denke, wir werden weiterhin bei Fortnite bleiben, also bevor jetzt hier wieder irgendwer in die Kommentare schreibt. Ey! Nein! Ich will das aber nicht! Ich spiele mir bei Fortnite! Also ich muss schon sagen, das jetzt als Fortnite-Klon zu betiteln, weiß ich nicht unbedingt. Ist schon eigen. Ist schon sehr eigen, aber es ist halt schon auch teilweise sehr gleich, ne? Also... Ja! Ja! Es macht, es macht einiges, es macht einiges anders, so. Aber ich meine, so... Wer ist die... Die Smite ist das, glaube ich, hinter Realm Royale, richtig? Äh, die sind... Ja, ja, doch, doch. Äh, ja, auch, glaube ich, mit irgendeinem MMO beklaut worden von Epic Games und haben sie einfach zurückgeklaut. Äh, wir nehmen jetzt mal den Jäger, Leute. Und machen direkt natürlich einen OP-Guide dafür. Und zwar kann man nämlich mit, ähm... Mit F kann man nämlich so ein Geräusch machen, glaube ich, hört mal. Das ist so ein Veto-Geräusch, das kann man machen. Ja. Cool. Gut, ich würde sagen, wir landen in, ähm... Drei... Was ist das? Drei-Einigkeits-Arnhöhe. Drei-Einigkeits-Annhöhe? Ja, was? Ja, landen wir in der Drei-Einigkeits-Annhöhe. Warum nicht? Alter, das ist eine ziemlich große Stadt hier, ne? Nee, oder? Und in welchem Jahr spielt das, äh, Schmocky, das Spiel? 1736. Ha, alles klar. Schmocky, du lügst. Hier sind Heu-Ballen. Und Heu hat mein erstes Mann erfunden. 18,074, du dummes Stückchen! Das ist mein Haus. Mein Haus. Die weg. Boah, ich habe hier die geile Waffe. Das snatcht sich der Reh wie meine Fähigkeit. Meine Waffe. Ich gebe dir die Waffe, bitte. Ja, nee. Schmocky, bitte. Ich habe eine Armbus. Warte, bei mir sind zwei Gegner. Ich werde gar gekillt von einem. Lass hin, lass ihm helfen, komm. Warte, der hat meine Kille abgestaubt. Hat er 48 Held von mir bekommen, der ist gleich down. Hab ihn. Das ist mein Chicken-Tro. Oben auf dem Dach irgendwo? Okay, krass. Ey, ich habe einen Dicken bekommen, Jungs. Ich habe auch einen Dicken. Von hinten irgendwo, von hinten. Ach, der hat mich angeschossen. Jetzt verstehe ich. Ah, nein, nein. Und, hat er jetzt? Und, hat er jetzt? Ich hab ihn. Was, du bist tot? Oh, 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 oh. Ach, Schnubi, du bist ein Hühnchen. Boah, oh, oh, oh. Ich habe einen Kill gemacht. Ich habe einen Kill. Ich habe zwei Kills gemacht. Ich habe zwei Kills. Und, Tobi, geil, geil. Ich habe auch zwei Kills. Ach so. Tobi, geh in den Brunnen rein. Tobi, du hast einen. Jetzt macht es Spaß, wo ich Leute gekillt habe. Ah, ah. Da muss man ja mal jetzt. Da reite ich auch mal ganz kurz hier rüber zum Haus. Achtung, hier. Paluten. Easter Egg über Kürbisse. Nee. Ah, hier sind Spieler bei mir, Klaus. Echt jetzt? Oder habt ihr gerade geschossen? Nee. Nee. Da ist hier irgendwo ein Spieler. Den habe ich gerochen. Achtung, Achtung. Spieler auf 9 Uhr. Mann, hier ist schon wieder alles gelootet. Alles weg. Alles weg geht ja nicht. Lass uns mal in die Jadegärten laufen. Okay, Jungs? Jadegärten, das ist so mein Leben, Alter. Ich bin Gärtner nämlich im echten Leben. Ja. Glaub ich dir nicht. Ich habe schon zwei Kills, Tobi. Ich habe auch schon einen. Ja. Drei Hühnchen. Hast du auch mal mehr Kills als ich? Drei Hühnchen habe ich gehabt. Echt? Achtung, hier geht es tief runter. Hol ich Pferd! Aua, mein Pferd ist geplatzt. Leute? Echt? Mein Pferd ist gestorben. Ja. Boah, siehst du den Jadegarten da? Ich sehe die Jade und den Garten. Das ist meine Kiste hier. Das ist meine. Die Kiste, die ich mir jetzt hier gönne. Oh oh, Leute, was ist hier? Oh oh, hier sind Bambusbäume. Oh oh, die sind gefährlich. Das macht gar keinen Spaß mit dir, Alter, ne? Ja, Digger, weil du... Hier ist looted. Hier ist alles looted, Leute. Ne, Schmocki, ich war zuerst da. Wer zuerst da hat gemalt, dem ist es aus dem Mund gepault. Genau. Was ist das hier? Vererbtes Gewehr, ist das gut? Ne, das ist von deinem Opa. Äh, das ist sehr gut, ja. Ich kann ja gar nicht sehen, was viele Waffen ich hier habe. Warte mal. Gewehr ist das Beste, bis ihr einen Bogen habt. Ich habe Schroflint und Giftpistole. Pistole kannst du dir in den Arschle... Äh... Was? Gar nichts, hab ich nichts gesagt. Du kleiner Lawiner, du. Ey, Schroflint ist schon stark. Furchtbar schlecht auch in dem Game. Mach nur mal 300er Hits. Ja, außer sie ist legendär oder so, dann ballert sie rein. Ich bin legendär. Ich habe damit zwei Leute getötet, ja? So schlecht kann sie gar nicht sein. Okay, sorry. Girls, boys, girls, gosh. Ich habe zwei Kills. Echt? Ich habe einen. Gib doch auf. Mach ich noch. Ich springe runter. Lass mal schmieden, Jungs, komm. Schmieden, schmieden, schmieden. Ich schmiede mir... Ich hab gar nichts... Kann jemand jemand ein bisschen was droppen. Ich schmiede mir den Rewie herbei? Dadadadaaa. Kann mir jemand vielleicht ein paar Shards droppen? Glaube, man kann nichts droppen. Nee, kann man nicht. Na, geil. Ich kann mir nur kimse dran machen, mehr nicht. Schatten, Waffe ist Ulta, okay. Ich habe gerade einen Boden... Tobi, kannst du damit aufhören? Tobi, was machst du da... Was ist mit deinen Armen los, Junge? Was ist mit deinen Armen los, Junge, hä? Was? Siehst du das, schmocc? Da sieht richtig aus. Ja, sieht richtig aus. Hand, irgendwas stimmt mit dir nicht. Der Hammer ist magisch. Magisch, magisch, du bist so magisch, ich verzauber dich. Jungs, ich geh jetzt alleine weg. Lass mal weiter looten, kommt weiter in die nächste Stadt. Kann schmieden jetzt. Mach doch. Ich brauch noch Sachen. Ich hab nur noch 55. Ja, wir brauchen unbedingt die Waffe, Digga, ohne Witz jetzt. Ich hab die Waffe. Meinst du echt nicht? So was sagen wir nicht mehr. Wir sind gefickt. Das müssen wir jetzt auch sensieren. Also, Thomas, nicht wir. Zurückziehen ist das gut. Aber ich kann nicht gucken. Sehr, sehr gut. Das ist die beste Fähigkeit von Jäger. Soll ich mir die holen? Weil ich hab momentan eine Leuchtrakete. Das ist halt geil, weil du kannst Leute durch die Wand sehen, aber... Okay, ich hab jetzt 80 Shards. Okay, Leute, wollen wir irgendwo anders hin? Guck mal, wir können Pilzwald chillen. Jungs, ich mach unbedingt Shards. Du kannst das jetzt hier nicht schmieden, Schmocki. Guck mal auf die Borde. Siehst du das, Schmocki? Ich schmied die auch nicht, ich schmied die nicht, aber ich hol noch auf die Borde. Ja, kannst du vielleicht mal ein bisschen nachdenken, Schmocki, ganz ehrlich, Alter. Ja, okay, sorry, ich halte dir das her. Oh, eine Wüste, Alter. Neue Fortnite-Map. Baby. Komm, es klechen. Achtung und Platze für Erd. Was kostet die Waffe, Tobi? Äh, ich weiß nicht, 90 vielleicht? Weiß ich gar nicht. Mein Pferd ist nicht geplatzt, wo ich runtergesprungen bin. Ja, weil dein Pferd... Baby, Pilzwald. Deins entschannes. Die geben Rüstung, wenn man die isst. Ich vermiss Fortnite. Ist die mit mir oder so? Ich hab die ganze Zeit geläuscht. Oh, die Schmiede. Leute, Schmocki, komm zu uns. Die schmieden gerade. Komm, wir hol die jetzt. Nicht vergessen, die Fähigkeiten einzusetzen. Ich vergesse die Fähigkeiten einzusetzen. Ich hab's auch vergessen. Oh ja, neben mir reitet einer. Einer, Jungs. Der wirft schon mit Ex, denn. Hab ihn. Gehen, Junge. Zerstören. Gehen, Junge. Gehen, Junge. Der Nebel. Jungs, ich brauch 20 Shards. Nee, mir 14. 15. Okay, komm, das suchen. Ich hab's immer noch nicht. Ja, so wichtig wäre das schon ein. Das ist mega wichtig. Ich hab 200 Shards. Okay, nice. Let's go. Mach das jetzt. Hey, das zeigt Leute durch die Wand, wie gesagt. Ja, aber wenn's Gold ist, was verbessert ist. Hast weniger cooldown? Amine! Hermine! Oh, God. Wie macht man hier Emotes? Hey, da fliegt einer. Ja, die wollen uns jetzt haben. Komm, wir müssen weg. Nein, ich brauch die Waffe. Ich auch. Ich bin gleich mit beiden Sachen fertig. Versteck mich. Die sind da, die sehen euch noch, ne? Boah, die werden uns echt pushen jetzt, ne? Schmocki, du bist jetzt gleich fertig mit dem Bogen, ne? Das war, glaub ich, ein Magier, glaub ich. Ah, Magier. Schmocki, nehm deine Waffe. Oh, nein. Ich hab sie, ich hab sie. Ich bin vorm Haus. Ab mir. Ab den Dicken. Ja, ja, ab den Dicken. Ab ihn. Boah, ich hab ihn geklatscht. Okay, danke. Jungs, 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 wir werden gespampt. Einfach raus, hier. Ich bin, ich bin ein Hühnchen. Nein. Oh, nein, ich bin so gut. Tobi. Ich bin tot. Ah. Lauf, lauf, Jungs, lauf. Nein, ich bin ein Hühnchen. Ich bin tot. Hey, Digga, wie kann die fliegen? Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Oh, die Musik. Bok, 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 bok. Wir müssen loslaufen jetzt, ne? Ey, ist das eine broken Fähigkeit? Mein lieber Herr. Ah, ah, nein. Ich bin wieder ein Hühnchen. Vater, bitte lass mich ein Hühnchen sein. Ah, 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 ah. Mann, oh. Oh, ah. Auf jeden Fall, ähm, gut gebalanced, das Game. Macht eine Menge Spaß, Leute. Ey, wir müssen halt... Das Spiel wird... ...Sportnite Safe ablösen. Da bin ich mir fast zu sicher, weil es hat Pferde. Und jeder junge Mann mag Pferde. Äh, äh. Ja, war trotzdem ganz lustig. Hauptsache, ich habe mehr Kills gemacht als Tobi, nämlich vier. Ähm, äh, von daher passt das soweit. Was denn? Schmocki, du bist tot. Jetzt sind wir Platz sechs geworden, Leute. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ich denke mal, die nächsten Wins kommen dann irgendwann auf Twitch, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Schmocki und bei Tobi vorbei. Boop, boop, boop.